Der Plattenspieler mit den Singles, die habe ich selber produziert. Mal mache ich mehr Musik, mal mache ich mehr Fotografie, dann baue ich wieder was, dann habe ich Lust irgendwie was zu zeichnen. Ich kann gar nicht anders. Ich muss das machen, was mir Spaß macht, weil sonst ist es nicht ernst und nicht ehrlich. Und ja, ich möchte schon ehrlich sein. Das ist die beste Arbeit überhaupt. Die kann man so mitnehmen, die ist schon in der Transportkiste drin. Also wenn man so wirklich drüber nachdenkt, dann ist die Gegenwart immer sofort die Vergangenheit. Sobald sie da ist, ist sie weg. Wenn jetzt so eine Uhr da steht oder eine Installation von mir, ein Bild von mir, dann ist das die Hälfte der Arbeit. Vielleicht zwei Drittel. Wenn ich dann aber davor stehe und singe, dann kommt die andere Ebene noch dazu und die macht es komplett. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Note. Das ist sehr geredet. Yeehaw! Vielen Dank. Vielen Dank.